Sitze oder lege Dich bequem hin und atme tief ein und aus, atme Entspannung ein und Anspannung wieder aus. Lasse alle Gedanken und Sorgen des Tages los. Konzentriere Dich nur auf Deinen Atem und spüre, wie Du mit jedem Atemzug ruhiger wirst. Schließe Deine Augen und stelle Dir vor, Du befindest Dich an einem wundervollen Strand, das sanfte Rauschen der Wellen im Hintergrund. Die salzige Meerluft umgibt Dich und die warme Sonne streichelt Deine Haut. Du spürst eine tiefe Ruhe in Dir aufsteigen, während Du Dich darauf vorbereitest, ins erfrischende Meer zu springen. Mit einem Sprung tauchst Du in die Wellen ein und spürst das kühle Wasser um Dich herum. Plötzlich bemerkst Du, dass Du Kiemen hast und unter Wasser atmen kannst. Ein Gefühl der Freiheit und Leichtigkeit durchströmt Deinen Körper, während Du die bunt schillernden Fische, die lebendigen Korallen und die sanften Seegraswiesen bewunderst. Du füllst Dich eins mit der Unterwasserwelt, voller Staunen und Dankbarkeit für ihre Schönheit. Plötzlich tauchen Delfine neben Dir auf und laden Dich ein, mit ihnen zu schwimmen. Ihr eleganter Tanz durch das tiefblaue Meer füllt Dein Herz mit Freude und Leichtigkeit. Gemeinsam gleitet Ihr durch die Wellen, verbunden durch eine unsichtbare Kraft der Harmonie. Als die Sonne langsam untergeht und der Mond am Himmel erscheint, liegst Du wieder am warmen Sandstrand. Der silberne Glanz des Mondes spiegelt sich im ruhigen Wasser wieder und die Sterne funkeln am Nachthimmel. Ein Gefühl von Frieden und Zufriedenheit erfüllt Dich. Komm langsam wieder zurück. Energie durchströmt Deinen Körper. Nimm einen tiefen Atemzug ein und wieder aus. Bewege Deine Hände und Deine Füße. Regle und streck Dich. Öffne langsam Deine Augen und kehre zurück in den Raum um Dich herum. Spüre die Ruhe und Gelassenheit, die Du während dieser Meditation erfahren hast. Lasse das Gefühl der inneren Stärke und des Glücks in Dir wirken. Nimm Dir einen Moment Zeit, um dankbar zu sein für diese besondere Erfahrung und für die Schönheit der Natur, die uns umgibt. Fühle Dich gestärkt und inspiriert und bereit, Neuem zu begegnen.